Hallo, mein Name ist Aline Schwingel, mein Schuler ist College Steltonia und ich lese Dialekt in Sinn und Medien. Stille Nacht. Schön. Das ist wirklich schön. Wie viel kostet es? 19 Euro. Nicht teuer. Oder toll. Veronika zeigt Anna ein Kleid für Iris. Iris ist fünf Jahre alt und ist Veronika sein Mädchen. Nehmt das mit, da steht ich ganz sicher schön. Prima, dann habe ich alle Geschenke für Iris. Ein Buch, ein paar Dinge besorgt die Gläu, ein Spiel, das Belustige, das Kleid. Ganz schön, viele Geschenke, lacht Anna. Naja, sie ist ja noch ein Kind und Weihnacht ist doch ein Fest für Kinder, gell? Ich habe doch nur den Spaß gemacht. Ich brauche auch noch Geschenke für Großmutter, für Leo und für Paco. Und für mich? Ähm, ich dachte wir schenken uns nicht. Reingefallen war auch nur der Spaß. Die zwei Freundinnen gehen zur Kasse. Was schenke ich bloß Großmutter? Lässt sie gern? Ja, aber sie sieht nicht mehr so gut. Musik? Hm, ich weiß nicht. Wie leicht denn? Schöne Schale oder warme Hausschuhe? Warme Hausschuhe, gute Idee. Alte Frauen frieden doch leicht. Aber wo finden die? Komm, wir gehen zum Weihnachtenmarkt. Schön, warm und weich und gar nicht teure. Nur 30 Euro. Die sind wirklich schön. Zeig mir mal. Hm, kusslich warm. Da freut sich dein Großmutter bestimmt. Ich nehme sie. Und jetzt lade ich dich so ein Glühwein ein. Nein, liebe nicht. Ich muss noch Auto fahren. Dann nehmen wir einen Kinderpunsch. Er ist ohne Alkohol, aber auch sehr lecker. Das ist ja, liebe dich. timelines NSFASch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017